Ja, weißt du Bescheid. Da bist du. Mein Kara ist doch nicht schlecht. Ist eher derjenige, der ihn spielt, der noch üben muss. So, jetzt sind schon zwei meiner Autos Schrott. Ich schau mal ganz kurz. Ich habe nicht allzu viele Autos, weil ich bin kein Auto, Messi. Hallo, du sollst in die Garage gehen, du Öppel. Ach so, schlecht angezogen. Jetzt lese ich jetzt richtig, wieso schlecht angezogen. Das ist, das ist, das ist, ich bin immer bereit. Ich bin immer bereit. Ich kann mich aber auch gerne ausziehen, das ist kein Problem. Meine schönsten Autos sind alle kaputt. Klasse. Das ist übrigens mein geilstes Auto hier. Ich liebe dieses Auto einfach. Es ist so, es ist so sportlich. Wenn wir Arno spielen, hostet der mit der besten Identity-Verbindung. Die Klamotten sind awesome. Aber wir können uns auch gerne was anderes holen. Oh, ein Ziel. Ja, das ist die, die, die Kara ist wirklich gepanzert. Ohne Scheiß, ja. Die ist wirklich gepanzert. Auch wenn ich mir nicht wirklich vorstellen kann, dass... Jetzt geht die Steuerung wieder nicht. Ich tue gar nichts. Steuerung geht einfach nicht. Aber jetzt da gibt es einen ganz einfachen Weg. Vor allem während der Fahrt. Ist das sehr praktisch. Ich dachte, der knallt sich jetzt wenigstens ab. Locker aus dem Handgelenk. Nein, normalerweise schlage ich keine Frauen. Aber hier sind leider gerade keine Männer. Sonst würde ich den verprügeln. Jetzt, äh... Ach ne, unsere Karre steht jetzt einfach irgendwo rum. Aber dann mache ich mal gerade folgendes. Dann rufe ich mal eben... Ja, Forrest haben leider sehr wenig Leute. Das könnten wir ansonsten auch machen. Morse Mutual Insurance. Morse Mutual Insurance? Wie können wir dir helfen? So, alles bitte mal reparieren. So, und jetzt möchte ich gerne... Jetzt zeige ich euch mal, was... Jetzt zeige ich euch mal, was ein richtiger Hase ist. Ne, was natürlich ein richtiges Auto ist. Ähm... Warte mal. Mac. Der Kumpel stimmt wegen uns. Das. Was? Siehst du, was ich meine? Ach so, das war glaube ich ja die Maus am Rand. Vergiss es einfach. Ruf damit! So. Wie war das? So. Oh, der hat Geld gedroppt. Oh, der hat Geld gedroppt. So, da sind wir mal eben, äh... So, jetzt können wir uns ein neues Auto holen. Oh, oh. Vielleicht erst mal ganz kurz. Scheiße, wir können nicht... Wir können... Da können wir. Uhu. Uhu. Oh, schön. Schön. Die kenne ich ja noch gar nicht. Nice. I personally like it. Guck mal, der macht Urlaub. Schöner Urlaub. Kommen die Bullen hier rein? Ja. So, jetzt sind wir mal die, die am besten geeignet ist, um von solchen Positionen aus zu ballern. Siehst du? Ja, die ist super dafür. Yeah, da war einer grad sehr laut. Böh! You're dead too! So. Da lehle ich den Kollegen. Was? Wo passe ich locker hin? Was? Ausziehen? Nein? Nein? Ich werde mich nicht vor euch entblößen. Das ist ja wieder einfach hängt hier. Wo ist der Heli? Wo ist der Heli? Heli sind da rund. Ich sehe ihn nicht. Da ist er. Scheiße. Ich sehe ihn nicht. Wenn du in die Fresse hackst. Komm schon. Komm schon. Boah, Alter. Erstmal ein ganzes Magazin. No. Ganzes Magazin reinged... Das war ein schönes Schiss. Was? Jetzt kannst du es vergessen, Digga. Das hättest du wohl gerne. Genitiv. Ist das hier nicht das Haus von... Nee, ist es nicht. So, jetzt machen wir mal das, was ich eigentlich die ganze Zeit schon machen wollte. Würdet ihr bitte aufhören, darüber zu diskutieren? Haben will. So, was haben wir hier noch? Kommentare, Kommentare. Äh, glaube auch Kommentare. Und ein Xyflon. Ein Xyfi. So, da ist mein neues Auto. Ich liebe diese Karre. Die ist ein bisschen awesome. Oh, ich liebe es. Sie ist so schön langsam. Man kann sich aber dennoch sehr, sehr gut lenken, muss ich sagen. Also, es geht vom Handling her. Absolut. Hauptsache, die FPS droppen erst mal ein Stück. Weil er nur noch laden muss. Oh. Es tut mir sehr leid. Es tut mir sehr leid. Ich wollte eigentlich gar nicht... Jetzt fängt die Steuerung wieder an zu haken. Ich merke es. Ah, der war schon tot. Tut mir leid. Wollte nur noch einen draufgeben. Yay. Anno 2070 funktioniert wieder beim Anthony. Wiss. Was? Die Karre sieht scheiße aus. Die ist Avesome. Boah, Alter. Mein Farskill kommt gerade wieder richtig zum Tragen. Bist du, normalerweise wäre ich da durchgekommen, aber unter den Umständen die Gefühle des Autos. Ja, im Grunde genommen ist das eigentlich Bumblebee, der sich nur ein bisschen frisiert hat. Es hat auch Gefühle. Teilweise gibt es jetzt sogar lustigerweise Autos. Ja, genau so welche. Oh. Tut mir sehr leid. Wollte ich nicht. Teilweise gibt es jetzt Autos bei GTA, die einfach nichts kosten. Irgendwie da guckst du in den Shop rein, da steht einfach Null. Einfach Null. Ich habe keine Ahnung, ob das ein Bug ist oder ob das so geplant ist. Es gibt übrigens so eine schöne... Ich weiß nicht, wir hatten es ja gerade von... Uh, Gefühlen von Autos. Alter. Und von wegen... Oh, hier haben wir was. Tut mir leid. Ich musste gerade ein wenig abrupt bremsen. Ich hoffe, es hat sich keiner in den Kopf gestoßen. Es gibt so diese eine Szene bei Transformers. Ich weiß aber nicht mehr, welcher Teil das war. Ähm, ich liebe diese Szene irgendwie, wo Bumblebee einfach auf diesen einen Typen drauf pinkelt, ja. Und diese eine schöne, dieser eine schöne Moment, einfach dieses... Bumblebee, hör auf, den Mann nass zu machen. Ich weiß nicht, ich habe diese Szene so geliebt, ich habe mir die tausendmal nochmal reingezogen. Wipwom! Sei herzlich willkommen. Wo ballert der denn hier? Aua! Alter, was hat denn der da? Eine dreifache Schrotflinte oder was? Wenn er da oben war, ist er jetzt tot. Ach, da ist er. Upsala. Tut mir leid. War nicht geplant. Transformers ist an sich sehr geil, aber nicht jedermanns Sache. Guck mal, wir machen jetzt einen auf Thief. Yeah. Kommen wir hier rein? Oder sind die anderen auf dem Dach? Guck mal, hier können wir vielleicht... Scheiße, ist nicht hoch genug. Kommen wir da irgendwie hoch? Kill for the King. Ich habe das Gefühl, hier sind welche. Die doch selber. Wo sind die? Ich glaube, die sind alle auf dem Dach oben. Und ich glaube, hier hinten sind wir komplett falsch. Mein Auto steht komplett sicher dort hinten. Da ist ein anderer Spieler. Wie ist das? Das Tor... Achso. Deswegen ist das Tor zu. Wird nix. So kann mein Typ nicht werfen. Wie kommen wir denn da? Aha. Ja. Man hätte auch die Treppe nehmen können. Guck mal hier, mein Freund. Bin ich da? Das überlebt gerade. Ich dachte, das ist echt überlebt, der Lappen. Okay, da ist er ja eigentlich kein Lappen, aber trotzdem ist er ein Lappen. Da oben. Clown, Alter. Wie war das gerade? Habe ich mich da eben verhört? You bitch! Das war sehr schlau, von mir direkt hochzulaufen. Kommen wir hier rüber? Nee, natürlich nicht. Warum auch? Wäre ja langweilig. Da müssen wir jetzt echt ganz ordnungsgemäß den Haupteingang nehmen. Finde ich nicht in Ordnung. Okay, also wir brauchen einen Plan. Den Plan halte ich gerade in der Hand. Guck, guck. Den kriegt er gerade eh nicht ab. Ach, cool. Das Ding ist wieder da. Hier, guck mal. Da, da. Der da. Oh. Meine Arschbacken. So, jetzt langsam komme ich hier wieder ein bisschen in eine Übung. Oh, scheiße. Wieso treffe ich denn da nicht? Jetzt. Yeah, das... Ja. Das A-Team! Ich bin der Schwarze. So, hier ist irgendwo noch einer. Da. Bestanden. Zehn Kills insgesamt. Sieben Kopfschüsse. 500 RP. So, was haben wir denn hier gerade? Gironde. Raubüberfall. Ach, komm. Machen wir einfach mal Pacific Standard Club. Ich glaube, das war zwar nicht ganz so geil, aber... Er soll schauen. Was ist dort erwartet? Ich weiß es nicht, Anthony. Wir werden sehen. Das hängt von der Kondition von euch allen. Ja, ich will. Ja, ich will. Nee, ich denke nicht, dass wir nur GTA machen. Weil, wie gesagt, ich habe ja schon im Video gesagt, dass wir da ein bisschen Random-Zeug machen. Ja, ich habe auch mal besser GTA gespielt. Um 0 Uhr... Ah, okay. Ihr feiert um 0 Uhr Geburtstag. Warum nicht? So, ich hoffe, das geht direkt los. Ich könnte singen. Da kriegt man RP für. Every night in my dreams I see you, I feel you... Er will nicht. Er will nicht. Ich singe einfach zu schlecht. Aber ich glaube, da muss man eh irgendeine Taste drücken hier. Funktioniert auch nicht. Wieso funktioniert das alles nicht? Wie sie sich gerade über die Duschszene freuen, weißt du? Ich weiß gar nicht, wer hier Taste... Ah, da oben steht es theoretisch. Drücke. Die rechte Maustaste, um zu singen. Dö, 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 dö. Achso. Das stand mit dem Duschen aufzuhören. Ich dachte, da steht eigentlich singen. Wieso Headset hier? Da hast du Headset. Ich habe ja wohl... Ja, ich gehe duschen und nehme die Kamera mit. Genau. Wieso habe ich auf einmal keine Hose mehr an? Da kriege ich ja glatt orangen Reifenqualm hier. Gib den Beat. Ich kann nicht mehr gut Beatboxen. Ich konnte es mal in der Schule. Aber kennst du den hier? Pst, 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 pst. Wir haben gerade spontan rausgerutscht. Eigentlich sagt man Gesundheit. Also üblicherweise trage ich beim Stream eigentlich Hosen. So, jetzt kommt mein Lieblingsfahrzeug. Ah, ich persönlich... Schon wieder eine Herausforderung. Fliege so weit wie möglich im Teamflug. Oh, oh, okay. Ähm. Ich persönlich... Mords-TV hat es rausgehört. Ähm. Oder Mords-TV, ich weiß es nicht genau. Ähm. Ich persönlich fahre am liebsten eigentlich mit dem Motorrad durch die Gegend, wenn dann die Maus reagieren würde. Jetzt wird... Jetzt macht der wieder hier. Nein, ich... Ich will dich nicht fucken. Das ist... Ich will das nicht. Das ist die Maus einfach... Die Maus macht, was sie will. Er geht irgendwie davon aus, dass eine Taste gedrückt ist, das heißt, ich fühle mich auch meine Maus im Arsch. Das würde ich, äh... Bin ich nicht ganz so praktisch, weil... Die ist, äh... Teuer gewesen und noch nicht allzu alt. Hosen wollen auch ohne Menschen leben. Hosen führen ein Eigenleben. Da gibt es so eine schöne Folge von, äh... Oh Gott, was war denn das nochmal? War das South Park? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Da habe ich mal irgendein Comic... Äh, nicht Comic. Äh, irgendein so ein Zeichentrick vor 10 Milliarden Jahren gesehen. Wo ich noch jünger war. Was ist das für ein Tiefflug? Also worum geht es jetzt schon wieder? Lese ich da zweideutige Dinge? Yay! Yay! Eigentlich wollten wir einen Auftrag machen. Aber das hat doch irgendwie nicht geklappt. Die wollten uns nicht. Die waren jetzt schon alle voll wahrscheinlich. Nachts gehen deine Hosen feiern. Okay... Gehen nur deine Hosen feiern, oder... No! Wieso zeigst du mit einem Kugelschreiber? Ah! Was ist denn der für ein Fahrskill? Olle, die Kappe, wie geil die... Ah! Ah!